Wir haben genau dich angesprochen, weil wir davon ausgehen, dass du eine echte Verstärkung für unser geiles Team bist. Wir haben hier optimale Voraussetzungen und wollen dir deine Entscheidung so leicht wie möglich machen und dazu nehme ich dich sehr, sehr gerne auf eine tolle Rundtour. Lass dich überraschen, was dich hier beim SC Wiedenbrück erwartet. Also dieser Platz, der macht einfach süchtig. Hier rollt der Ball wie auf einem Teppich. Du wirst hier Fußball spielen, du wirst Tore schießen, du wirst absolut erfolgreich mit deinem Team sein, wenn du willst. Hey, du möchtest erfolgreich Fußball spielen? Dann bist du aber es genau richtig. Komm in eine von unseren zwei Frauenfußballmannschaften, das spielt Fußball. Informiere dich auf unserer Vereinsseite vom SC Wiedenbrück im Internet oder auf unserer Facebook-Fanseite. Nun bist du in der Reihe. Ich meine, ich bin für dich auf dem Elfmeterpunkt bereit. Es ist mercury, wie im collageneanzji mit den ETH oder auf unserer Seite getrennungen. Nun bist du an der Reihe, der Ball liegt bei dir. Spiel ihn zurück, komm bei uns vorbei zum Probetraining oder schau dir eins unserer Heimspiele an. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.